Hallo meine Lieben, ich bin der Thomas aka Schwarkoyote. Heute sprechen wir über die Asset Allocation und 5 Gründe wieso und weshalb deine Asset Allocation vielleicht falsch sein könnte oder nachbesserungsbedürftig wäre. Ich möchte dieses Video anhand von 5 Gründen auflisten und vielleicht wirst du sehen, diese Gründe könnten zustimmen oder einer dieser Gründe könnte stimmen und dann weißt du, du kannst oder solltest deine Asset Allocation zukünftig anpassen, verbessern, damit du in Zukunft nicht mehr dieselben Probleme oder dieselben Fehler machst. Wir haben ja kürzlich einen Aktiencrash erlebt oder insgesamt auch die Wirtschaft ist in vielen Ländern praktisch im Stillstand. Alle Läden bis auf Lebensmittelläden, Tankstellen und Apotheken und so weiter sind zu und darum denke ich, dass so ein Video gerade jetzt sehr passend ist, damit, wenn du jetzt gerade ja investiert gewesen bist, dass du merkst, okay hey ja vielleicht habe ich jetzt wirklich durch diese Situation einige Learnings, die ich machen kann und zukünftig dann auch vermeiden kann, dieselben Fehler zu machen. Der erste Punkt oder der erste Grund wieso ich finde oder oder wieso ich finde, dass eine Asset Allocation falsch sein könnte oder nicht richtig für dich sein könnte. Du hast Panik und Angst und kannst abends nicht einschlafen und denkst sehr oft über den Verkauf deiner Investments nach. Das ist eines der stärksten Indizien, dass deine aktuelle Asset Allocation nicht ganz richtig ist. Was kann man daraus ableiten, wenn man sich jetzt in so einer Situation befindet? Die Wahrscheinlichkeit, dass man zu viel in eine bestimmte Asset Klasse investiert, also sprich man hat zu viel in Aktien investiert, zu viel in P2P Kredite und so weiter. Das ist ein sehr sehr starker Indikator. Also das heißt, so diese Panik, Angst, abends nicht einschlafen können oder man denkt oft über den Verkauf nach, was ist, wenn es noch weiter sinkt, dann verliere ich so viel Geld und so weiter. Dann hat man wahrscheinlich zu viel in eine bestimmte Asset Klasse investiert. Hat man nur eine bestimmte Menge investiert, zum Beispiel 20% und fühlt sich wohl oder hat sich damals auch schon wohl gefühlt, dann kann das sein, dass man jetzt, weil man halt zum Beispiel 40, 50, 60, 70, 80, 90% oder mehr investiert hat, zum Beispiel in Aktien, darum dieses Gefühl verspürt. Das bedeutet einfach, man hat zu viel in einen Korb gesteckt. Das ist schon mal das erste Indiz. Oder man hat insgesamt einfach zu wenig Cash Quote gehabt. Also sprich, vielleicht hat man nur 5% Cash Quote und jetzt merken man, okay, das ist doch ein bisschen knapp und dann noch der Notgroschen ist auch nicht so hoch. Das heißt, das ist so im Zusammenspiel. Das ist das erste wichtige Indiz, wo man merkt, okay, die Asset Allocation ist noch auf jeden Fall anpassungsbedürftig. Der zweite Grund, eine Asset Klasse könnte dir das Genick brechen. Das bedeutet, wenn du jetzt oder wenn du jetzt merkst, eigentlich hat dir eine Asset Klasse das Genick, das, ja, wie soll ich sagen, das Genick gebrochen, einfach deine Finanzen im Prinzip komplett zerstört, ja, dann bedeutet das, du hast zu viel oder hast wahrscheinlich zu viel nur in eine Asset Klasse gesteckt. Gutes Beispiel, man hat nur, also heftiges Beispiel, man hat nur Kryptowährungen und fast das gesamte Vermögen ist alles in Kryptowährungen investiert und der Kryptomarkt kracht komplett ein und jetzt ist im Prinzip alles weg, auf Papier zumindest. Man hat ja vielleicht noch nicht verkauft, aber wenn man merkt, okay, hey, dass nur eine Asset Klasse einem das Genick brechen kann, wie in diesem Fall zum Beispiel Kryptowährungen, kann natürlich auch bei Aktien passieren oder Immobilien und so weiter, dann weiß man, okay, vielleicht hätte man auch noch als Beimischung oder zumindest eine gewisse Safety Margin irgendwie zum Beispiel noch ein bisschen Aktien dabei haben sollen, vielleicht auch Rohstoff oder einfach den Cash Bestand deutlich höher, als man gedacht hätte, also vielleicht nicht direkt 100% in Kryptos, sondern 50% und 50% in Cash und so weiter, also das ist natürlich nur ein Beispiel, einfach dass euch da so ein bisschen klar ist, also sprich, wenn euch eine einzige Asset Klasse im Worst Case Szenario das Genick brechen kann, dann bedeutet das, okay, vielleicht sollte ich ein paar andere Investmentmöglichkeiten suchen oder andere Möglichkeiten auch in Betracht ziehen, damit wenn eine bestimmte Asset Klasse komplett den Bach hinuntergeht, dass man auch noch andere Asset Klassen haben, die weniger oder sogar auch gar nicht davon betroffen sind, ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt oder einer der wichtigen Gründe, die man auch immer erkennen muss, es ist immer schwer, man erkennt das nicht auf den ersten Blick, sondern da muss man wirklich auch sehr kritisch seine eigene Asset Allocation betrachten und ich habe da auch ein Video über meine persönliche Asset Allocation, das verlinke ich hier oben gerne, wenn ich das nicht vergesse, könnt ihr einfach reinziehen, da würde ich, also das zeige ich auch prozentual, sowie auch in absoluten Zahlen, wie viel Geld ich in Aktien habe, wie viel Geld ich in P2P Kredite habe, in Rohstoffe, in Cash und so weiter, in meinen Warenlager, da zeige ich alles transparent auf, da könnt ihr euch einfach mal so anschauen, aber kopiert nicht irgendwelche Asset Allocations, die ihr im Internet seht von irgendwelchen Leuten, sondern macht euch Gedanken darüber, was für eure persönliche Situation passt, ja, vielleicht seid ihr jetzt nicht Unternehmer, seid nicht selbstständig, seid nicht YouTuber oder Blogger, sondern seid Beamter und angestellt fürs Leben, dann sieht das nochmal ganz anders aus, also da immer überlegen, in welcher Situation steckt ihr und was macht für eine Asset Allocation Sinn für eure Position, dass ihr euch auch wohl fühlt und eben auch nachts schlafen könnt. Dann als dritter Punkt, also wenn du heute arbeitslos wärst, kein Geld mehr hättest und dann anfangen müsstest, Investment zu verkaufen, egal wie hoch oder tief die stehen, um den nächsten Monat die Miete zu zahlen, Essen zu zahlen und so weiter, dann ist auch deine Asset Allocation irgendwas falsch, weil, für mich persönlich zumindest, die Asset Allocation ist dann richtig, wenn auch in Ernstfällen, du sozusagen deine Investments nicht veräußern musst, ja, weil das ist das schlimmste, was dir passieren kann, das heißt, der Notgroschen muss unbedingt aufgebaut werden, wer kein Notgroschen hat, wird über kurz oder lang irgendwann auf die Schnauze fallen und je später das passiert, umso schlimmer und umso heftiger wird es sein, ja. Wenn ich auf die Schnauze falle als Student oder als 25-Jähriger, dann mag das ja noch nicht so schlimm sein, aber je älter man wird und umso weniger man Zeit hat, diese Fehler auszubügen und umso schlimmer und heftiger wird der Impact. Also bitte, bitte schaut, dass ihr auch im Worst-Case-Szenario nicht an eure Investments ran müsst, ja, das heißt, Notgroschen unbedingt aufbauen und den auch in eure Asset Allocation mit einbeziehen und vielleicht auch außerhalb eurer Cashquote, die ihr zum Nachinvestieren nutzt, sehen. Das heißt, ihr habt den Notgroschen und nochmal eine Cashquote, die ihr für besondere Möglichkeiten nutzt, besondere Investments, was auch immer, aber den Notgroschen niemals anfassen für irgendwas, sondern der ist da als Notgroschen. Das ist auch ein sehr wichtiges Indiz, wo ihr dann merkt, okay, die Asset Allocation, da ist noch, ja, Anpassungsbedarf da. Ein weiterer Grund, der vierte Grund, das ist so ein Grund, den kann man auch allgemein sehen, nicht nur auf die Asset Allocation, aber auch hier trifft er definitiv zu, du willst so schnell wie möglich mit wenig Aufwand extrem reich werden oder einfach reich werden. Also mit wenig Aufwand und schnell reich werden, das ist schon mal insgesamt der falsche Ansatz, weil dann, wird auch die Asset Allocation wahrscheinlich entsprechend bedürftig aussehen und dann landet man bei 100% Kryptowährung oder irgend sowas, wo halt die Chance extrem hoch ist, aber das Risiko auch nochmal eine andere Liga ist. Und das ist nochmal was, was ich extrem, extrem auch nochmal reinbreschen will. Man wird in meinen Augen, meine persönliche Meinung, langfristig mit Investments vermögend und bleibt vermögend. Richtig reich wirst du durch dein aktives Einkommen und durch deine Sparquote, die du von deinem aktiven Einkommen halt einfach zurückbehalten kannst. Das heißt, je höher dein Einkommen ist und je höher deine Sparquote dadurch wird, umso schneller kannst du reich werden. Aber das schneidet sich, da kann man nicht wenig Aufwand und viel Ertrag, sondern da ist auch mit unter Umständen viel Aufwand verbunden mit viel Ertrag. Also das heißt, bitte, bitte, bitte geht nicht diese schnell mit wenig Aufwand reich Methode hinein bei eurer Asset Allocation. Denkt langfristig, denkt wirklich so, dass eure Investments langfristiger Vermögensaufbau sind und wenn ihr wirklich schnell reich werden wollt und wirklich schnell Vermögen aufbauen wollt, dann schaut, dass ihr vielleicht wirklich euch in eurem Bereich weiterbildet, extrem weit nach oben kommt, wenn euch das Spaß macht, die Karriereleiter hochgeht oder euer eigenes Business startet oder selbstständig werdet und entsprechend wirklich auch hier mehr Potenzial rausholt. Weil ich kann euch sagen, insgesamt die meisten Leute, die wirklich reich und vermögend werden, die werden es durch ihre Haupttätigkeit, also durch ihr Unternehmen, durch ihre Selbstständigkeit, durch ihre Karriere, das Geld, was sie da sparen, investieren sie in Investments und mit dem werden sie langfristig noch vermögender und sie bleiben dann auch vermögend. Das ist einfach meine persönliche Meinung, kann jeder halten, was er davon will. Ich will euch da auch keinen irgendwie Traum erzählen, dass ihr mit 25 Euro Sparplänen in 40 Jahren extrem reich werdet, keineswegs. Ich sage ja auch immer, man muss halt auch viel investieren können, um auch was zu reißen, langfristig. Die 25 Euro Sparpläne sind nichts Schlechtes, das ist einfach, so fängt man an, aber die Erwartungshaltung sollte dann schon sein, dass man dann über kurz oder langfristig noch mal deutlich mehr investiert, als man das noch als Student gemacht hat, ja, weil man auch mehr Geld zur Verfügung hat, hoffentlich doch. Dann kommen wir zum fünften Punkt und der ist so ein bisschen, ich glaube, so ein Schlag in die Fresse, so ein bisschen, ja, und zwar der fünfte Grund, dein Geld ist zu 100% auf dem Sparkonto und du erwirtschaftest damit minus 0,75% Negativzinsen, also einfach 0,75% Negativzinsen, so viel haben wir gerade in der Schweiz, wenn man je nach Bankkonto halt über eine Viertelmillion oder über eine halbe Million oder je nachdem, wo man halt das Bankkonto hat, eben Barvermögen drauf hat, dann bekommt man Negativzinsen und ich glaube, wenn die gesamte Asset Allocation auf dem Sparkonto ist, wo man Negativzinsen bekommt, dann läuft, glaube ich, in meinen Augen auch irgendwas falsch mit der Asset Allocation, weil auch da könnte man verschiedene Dinge machen, man könnte theoretisch auch, wenn man das unbedingt will, verschiedene Bankkonten öffnen bei verschiedenen Banken und nicht über diesen Threshold kommen, dass man da wenigstens sich die Negativzinsen spart und so weiter, also das ist so ein bisschen so ein obvious Factor, aber ich glaube, es gibt wirklich tatsächlich viele Leute da draußen, ich weiß jetzt natürlich nicht wie viele, aber es gibt sicherlich viele Leute, die das betrifft, die haben aktuell alles in Cash und worst case sogar noch Negativzinsen drauf, sie akzeptieren das, weil sie halt in dem Sinn kein Risiko eingehen wollen, aber ganz ehrlich, ich glaube, hier gibt es bessere Möglichkeiten, die auch ein ähnliches Risiko haben oder auch kein Risiko, irgendwie als Beispiel schon mal verteilt das Geld auf verschiedene Banken, für die man ja sozusagen auch das Vertrauen drin hat und so umgeht man dann zum Beispiel Negativzinsen und so weiter, das heißt, das würde ich auf jeden Fall auch als einer der Gründe da mit reinpacken, natürlich ist das wirklich ein extremer Luxusgrund, glaube ich, weil wenn man 100% in Cash hat und es ist dann auch noch so viel, dass man Negativzinsen drauf bekommt, dann hat man glaube ich auch andere Probleme sozusagen, weil es schon sehr ein Luxusproblem ist, aber ich wollte das trotzdem nochmal auch reinpacken, dass ich vielleicht auch Leute anspreche, die gerade in so einer Situation sind und ganz ehrlich, das gibt es wirklich, also klar, das ist jetzt vielleicht nicht so der Otto-Normal, wo man jetzt gerade denkt oder nicht die Mehrheit der Leute, aber das gibt es wirklich und auch das sollte in meinen Augen auch mal angesprochen werden, dass man da dann vielleicht nochmal über die Bücher schaut, was gibt es da für Möglichkeiten, um einfach insgesamt auch an Kosten zu sparen, weil Negativzinsen sind nichts anderes als versteckte Kosten für Geld, das man halt eben eigentlich hat und das ist halt schon relativ viel, minus 0,75% pro Jahr, für mich persönlich, also ich würde das sehr, ich empfinde das als sehr viel tatsächlich. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, ihr habt auch was mitnehmen können, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch in einem der Gründe wiederseht oder wie ihr das mit eurer Asset Allocation handelt oder was ihr für Learnings draus gezogen habt, würde mich extrem interessieren, weil ich lerne natürlich auch von euch, von eurem Input hier in den Kommentaren, also ich bin offen für eine Diskussion, ihr wisst ja, ich beantworte auch alle Kommentare hier auf diesem YouTube-Kanal, ist mir immer sehr wichtig. Außerdem würde ich mich super freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und die Glocke betätigt, weil dann verpasst ihr auch keine Videos und Livestreams mehr. Jeden Dienstag und Sonntag 18 Uhr gibt es nämlich hier auf YouTube Livestreams, den Dividendendienstag und den Finanzmodus Sonntagstalk. Würde ich mich also super freuen, wenn ihr da auch joinen würdet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö, Leute.